Herzlich Willkommen zu einem weiteren Video hier auf www.gutscheinmagazin.de. Dieses Mal geht es darum, wie ihr beim Onlineshop von Mirabo unsere tollen Rabatte und Gutscheine einlösen könnt. Dazu surft ihr auf unsere Webseite www.gutscheinmagazin.de und sucht euch die Gutscheine zum Onlineshop von Mirabo heraus. Das geht am schnellsten, indem ihr einfach in der Direktsuche Mirabo eintippt oder ihr klickt auf die Shopliste A bis Z und wählt den Anfangsbuchstaben N aus und sucht euch dann in den auftauchenden Shops dazu den Onlineshop von Mirabo aus. Der ist hier. Klickt auf den Button zum Shop und werdet dann zur entsprechenden Übersichtsseite weitergeleitet, wo ihr sämtliche Gutscheine zum Onlineshop einsehen könnt. Wir sehen hier zwei Stück an der Zahl. Einmal gibt es hier 25 Euro Rabatt sowie 70% Rabatt. Wir klicken einmal auf den ersten Gutschein, der uns 25 Euro Rabatt verspricht. Dann werden wir direkt zur entsprechenden Seite bei Mirabo weitergeleitet und wir lesen uns oben die Instruktionen durch, um die 25 Euro Rabatt erhalten zu können. Dazu müssen wir einfach einen Freund werben und je geworbenen Freund gibt es einen 25 Euro von Mirabo, Einkaufsgutschein oder attraktive Sachprämien. Dazu klicken wir einfach auf den Button Service hier oben rechts im Onlineshop und klicken dann hier auf den Banner Freundschaftswerbung. Dann öffnet sich hier ein weiteres Fenster, das uns nähere Informationen dazu bereithält. Und zwar geht es hier darum, dass wir den Onlineshop von Mirabo einfach einem guten Freund oder Bekannten empfehlen sollen und dafür erhalten wir dann 25 Euro in Form einer Gutschrift bzw. eines Gutscheins. Und das ist dann wirklich auch eine sehr, sehr einfache Möglichkeit, um hier 25 Euro zu sparen beim nächsten Einkauf. Es geht ganz, ganz einfach, man muss den Freunden oder Bekannten vom Onlineshop von Mirabo erzählen und dann eine Neukundenbestellkarte ausfüllen, damit man letztendlich den Gutschein in Höhe von 25 Euro gutgeschrieben bekommt. Des Weiteren ist hier noch ein Gutschein eingetragen, der uns bis zu 70% Rabatt verspricht. Da klicken wir einfach mal drauf und schauen, was uns erwartet. Hier werden wir ebenso wieder zum Onlineshop von Mirabo weitergeleitet und oben im Feld der Instruktionen haben wir wieder ein paar Informationen dazu. Da steht, einfach oben auf der Startseite auf Outlet klicken, dann enthältst du eine Übersicht der Auktionsfrage, reduzierte Preise werden angezeigt, es ist kein Gutschein-Code erforderlich. Ja, das machen wir einfach mal. Wir klicken oben auf Outlet und wählen uns die Accessoires heraus und sehen dann hier den Sale-Bereich von Mirabo. Hier sehen wir mehrere Artikel, die deutlich über 50% reduziert worden sind und demzufolge sind hier echte Schnäppchen machbar. Hier muss man sich einfach mal durchklicken und kann hier günstige Artikel nach Hause bestellen, wie ihr hier sehen könnt. Der Outlet-Bereich gliedert sich in Accessoires und Möbel. Wir klicken nochmal auf Möbel und sehen hier dann auch Schränke, Hocker, Ein-Ecksofa, Stühle, die immens im Preis reduziert worden sind. Also hier lohnt sich wirklich ein Blick in die Sale-Abteilung. Wie ihr sehen könnt, bieten wir hier zwei interessante Gutscheine zum Online-Shop von Mirabo. Wir haben aber noch weitere Gutscheine zu sämtlichen anderen prominenten Online-Shops im Angebot. Also schaut einmal auf unserer Webseite www.gutscheinmagazin.de vorbei. www.gutscheine.de